Oh, Olivia! Schau dir mal diesen gewaltigen Turm an! Wow! Der ist ja wirklich riesig! So weit kann ich mich ja gar nicht nach hinten knicken! Der Turm reicht bis in den Himmel und hört gar nicht mehr auf! Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Paper Mario The Origami King. Hier, auf Katze! Wir sind gerade auf dem Knochenkopf-Island und versuchen dieses Rätsel hier zu lösen. Wir sehen also in der Mitte, dass rechte Auge brennt und zwei Fackeln oben. Und hier ist auch etwas unten... Moment, das mache ich... Oh, da war ein Knochenwumba drin. Na toll. Okay, wir haben erstmal noch einen Kampf vor uns. Aber wir müssen irgendwie das Ganze spiegeln, denke ich. Auf der linken Seite. Das genauso machen wir auf der rechten Seite oder eben spiegelverkehrt. Also das ist so ein bisschen das Rätsel hier. Und ich weiß, ich rede gerade etwas konfus. Etwas verwirrend. Aber ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. So, exzellenter Sprung. Und Achtung, die Knochenwummas, die brauchen noch einen Extrasprung von uns. Und den kriegen sie auch. So, bitteschön, meine Freunde. Und auf nimmer Wiedersehen. So, vier habe ich aber noch vor mir. Die... Oh, aua, hey, hey, hey. Die mich auch noch anspringen wollen. So, schaut mal. Ich bringe den einen da rüber. Dann haben wir noch den. Und das ist doch einfach. So. Und dann springen wir die Goombas auch noch mal in einer Kette an. Leider nur einmal, aber was soll's. Meine Lieben, hier kommt noch der Hinweis. Wenn euch Paper Mario gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze. Denn so verpasst ihr auch in Zukunft keine spannenden und lustigen Abenteuer mehr. So. Liebe Katzenfreunde, wir beenden diesen Kampf jetzt. Die nächsten Sprünge werden richtig sitzen. Das kann ich euch versichern. Schaut mal, wie Mario das jetzt macht. Und zwar mit 1, 2, 3 und 4 Sprüngen. Tja, das war's dann wohl, meine lieben Freunde. Schlachtbonus gibt es obendran. Oder Schlachtboni wird ja zusammengerechnet. Und jetzt können wir das Rätsel noch mal lösen. Wir müssen das runterbringen und das nach oben. Und dann ist es nämlich spiegelverkehrt angeordnet. Und tadaa. Und das zweite Auge leuchtet. Und es kommt ein Schalter hervor. Den klopfen wir mit unserem Hammer mal nieder. Mal sehen, was passiert. Oh. Ein neuer Eingang wird freigesetzt. Oder freigelegt, besser gesagt. Ist da in den Kisten noch was drin? Solange da kein Gegner drin ist, ist alles okay. So. Schnipsel, Schnipsel, Schnipsel. Keine Gegner. Hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, da versteckt sich ein Koopa oder ein Knochen-Trocken oder ein Knochen-Gumba. Schatz-Mini gefunden. U-Boot Marino. Und damit haben wir 100% der Mini-Schätze gefunden. Oh, wo sind wir denn jetzt? Huiuiui. Oh, eine Statue. Die sich dreht. Ein Toad. Okay. Ewiglich glücklich selig sei, war der Karo-Insel in Kugeln 3. Aus tiefsten Tiefen bringt herbei. Aha. Ewiglich glückselig? Was redet denn die Statue da? Ist ewiglich überhaupt ein Wort? Keine Ahnung, aber... Oh, was? Was kommt denn da heraus? Ein Ventilator? Oh, und der funktioniert sogar, wie auch immer das funktionieren soll. Aber der pustet den ganzen Nebel hinfort. Das ist ja mal lustig. Der Nebel ist verschwunden. Danke, riesiger Ventilator. Wow. Der Nebel ist restlos weg. Das war ja klasse. Sucht, und ihr werdet finden. Sucht die ewige Glückseligkeit. Ui, wir sollen was suchen. Das klingt lustig. Wobei, hm, eigentlich müssen wir ja der violetten Luftschlange folgen. Kümmern wir uns erstmal um die. Ja, das stimmt. Ähm, haben wir dann soweit alles erledigt? Zumindest gibt es jetzt keine Nebel mehr. Okay, wir können weiter, Skipper Toad. Wollen wir ablegen? Ja. Wollen wir. Tschüss, Knocheninsel. War schön hier. Endlich ist der doofe Nebel weg. Jetzt können wir den ganzen weiten Ozean erkunden. Das stimmt. Aha, und da sehe ich schon die Luftschlange. Folgen wir ihr, Mario. Genau, das tun wir. Immer schön der Luftschlange hinterher. So, und oben rechts gibt es irgendwie einen Hinweis. Ding, dong, ding, döng. Ein neuer Motor für dein Schiff ist im Hafen von Toad Town verfügbar. So, schaut mal, da ist ein riesiger Wal unter Wasser. Hui, der kann sogar hochspritzen. Hui, wir fliegen. Wow. Wow, unergründlich ist die See. Aber lustig. Hier einmal mit dem Wal quer oben zu surfen, möchte ich schon fast sagen. Erinnert mich ein bisschen an Charme City. Wisst ihr noch, als im Hotel ein Sniffet auf einem Toad, der zu Origami gefaltet wurde, rumgesurft ist? Super lustig. Das war eine echt verrückte Situation. So, oh, schaut mal. Wer wohnt denn hier? Ein Stück grün, unverkennbar geformt wie ein Pilz. Diese Insel taufe ich auf dem Namen Pilzeiland. Aha. Oh, wir haben tatsächlich eine neue Insel gefunden. Nicht erfunden, aber gefunden. Dann lasst uns doch mal auf diese Insel gehen. Mal gucken, wer da wohnt. So, Pilzeiland. Hallihallo, ist hier jemand? Hier ist, glaube ich, echt nichts los. Gütiges Gefrierfach. Das ganze Häuschen ist ja in einem riesigen Eisblock eingefroren. Hoffentlich geht's den Leuten darin gut. Falls denn welche drin sind. Hm. Ja, das müssen wir herausfinden, Olivia. Alles okay bei dir? Kleiner Fisch. Endlich. Nach tagelangem Schwimmen bin ich endlich hier. Mein Freund und ich hatten ausgemacht, dass wir uns im Notfall hier treffen. Wo mag der Gute denn nur stecken? Puh. Ich hab ihn leider nicht gesehen. Zumindest wüsste ich nicht, wen du damit meinen könntest. Na gut. Wir schauen mal weiter. Dupi, 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 dupi. Was haben wir hier Schönes? Gar nichts. Oh, doch. Ah, was passiert denn hier? Ah, die Pergamenton-Fähigkeit von Olivia wird jetzt gleich gebraucht. Und das ist nämlich der große, wundervolle Phönix. Olivia, meine Liebe, dann falte dich doch mal zusammen und zeig den anderen, was du drauf hast. Super-Fähigkeit! Yay! Jetzt geht's los! Wow! Schaut euch diesen wundervollen Phönix an. Und jetzt gibt's Feuer! Klasse, das Eis schmilzt und wir können wieder zurück. Oder was heißt zurück? Wir können in das Haus reingehen, wenn wir wollen. Aber natürlich wollen wir das. Wir wollen es erkunden. Mal gucken, wer da wohnt. Bestimmt ein netter Herr. Scheint niemand zu Hause zu sein. Aber wohnen tut hier irgendwer eindeutig. Hm. Wie kann sich denn jemand auf so einem winzig kleinen Inselchen verstecken? Tja, gute Frage. Hier ist auf jeden Fall ein Buch. Aber dieses Buch ist wahrscheinlich nicht unbedingt wichtig. Kommen wir hier durch? Oh. Schließe messerscharf. Eine Tür. Bloß fehlt irgendwas. Ganz klar, der Knauf. Ohne Knauf geht sie nicht auf. Ob wir zufällig einen Türknauf oder so dabei haben? Nee, leider nicht. Okay, wir müssen die Insel verlassen. Aber die kann vielleicht für die Zukunft noch sehr, sehr wichtig für uns sein. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch nur ein kleiner Zusatz. Aber einen Türknauf haben wir noch nicht gefunden. Dann würde ich sagen, wir setzen unsere Reise einfach mal fort. Wollen wir ablegen? Ja. Tschüss, schöne Insel. Wir kommen irgendwann wieder. Folgen wir einfach mal weiterhin der lilafarbenen Luftschlange. So. Wir haben echt noch viel zu erforschen, wenn ich mir so die Karte angucke, oder? Aber genau sowas liebe ich. So muss es auch sein. So, irgendwie spannend. Es gibt ja noch diesen Schatz, den ich bergen kann. Das würde ich gerne mal ausprobieren. So, schaut mal, da geht sogar die Luftschlange wieder ins Wasser. Und hier muss irgendwas sein, oder? Achtung, ich probiere es mal aus. Hier scheint etwas zu sein. Sollten wir der Sache vielleicht auf den Grund gehen? Ja, das werden wir. Oh. Der Grund des weiten Ozeans. Ah, schaut mal, ich habe so Greifarme mit der Super Marino. Und kann jetzt zum Beispiel diesen Felsen hier greifen, oder? Achso, und was soll ich machen? G-Joy-Cons ZL und ZR drücken, um zu greifen. Äh, geht das? Ah, jetzt geht's. Ah, okay. Und da hinten ist ein Schatz, den möchte ich auch greifen. Äh, komme ich da irgendwie weiter nach oben? Arme bewegen. Ja, mache ich doch. Wie geht das denn jetzt hier nach oben? Ähm, irgendwie scheint das jetzt hier nicht so ganz funktionieren. Oh, jetzt. Jetzt klappt das ja. So, jetzt nochmal zupacken, greifen und, na? Und rüberziehen. So, geschafft. Ausgezeichnet. Kehren wir zurück. Mal sehen, was da drin ist. Und? Ein Schatzmini. Ein Pappmacho Goomba. Eine Goomba-Mumie. Cool. Vielleicht finden wir noch mehr Schätze. Wir sollten an interessant aussehenden Stellen tauchen. Ja, wer weiß. Vielleicht finden wir sogar mal unter Wasser einen Türknauf, den wir brauchen, um in das Haus zu kommen. Von dem lieben Toad. Wir werden das noch herausfinden. Oh, eine Herzinsel. Ein Eiland in Form eines Herzens. Ich nenne die Insel Herzinsel. Yeah. Wieder was gefunden. Und ziemlich nah dran. An der anderen Insel, wenn ich das so sagen darf. Ich frage mich, wie viele Insel es hier auf hoher See gibt. Bestimmt eine Menge, oder? Also zumindest eine Menge kleiner Inseln. Na gut. Schauen wir mal weiter. Und wir versuchen, wieder der lilafarbenen Luftschlange zu folgen. Was nicht einfach ist, denn diese ist irgendwie verschwunden. Ich sehe gerade keine. Kann ich sie weiter oben? Ich folge einfach mal dem Pfad. Oh, ich sehe da im Hintergrund schon wieder die Luftschlange. Wer bist du? Der weite Ozean ist weit. Hier ist eine Seefahrtsweisheit. Halte ZR für mehr Geschwindigkeit gedrückt. Ja, rate mal, was wir jederzeit machen. Deswegen sind wir ja so schnell unterwegs. So, auch wenn ich die Luftschlange da gesichtet habe. Ja. Okay. Reisen wir mal in die Richtung. Da hinten habe ich nochmal irgendwo eine Stelle mit Palmen gesehen. Hier. Hier geht es auf jeden Fall nochmal weiter. Die Luftschlange führt uns hier hindurch. Sehr spannend. Ich finde sowas super lustig. Das ist eine riesige Seefahrt, die wir hier machen dürfen. Und wir müssen aufpassen. Denn wir wissen ja nie, wie viele Gegner auch hier mal unterwegs sein könnten. Die uns Saures geben möchten. Ne, ne, ne. Das lassen wir natürlich nicht zu. Also schön weiter. Ach, herrlich. Einfach herrlich, meine Lieben. Da vorne, da gehen die Luftschlangen weiter. Hier gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge zu entdecken. Und da ist wieder ein Wal unter Wasser. Klasse Sache. Tja, hier endet anscheinend unsere Reise schon, oder? Nein, die Luftschlange führt natürlich wieder ins Wasser und irgendwo heraus. Die Frage ist nur, wo? Laut Karte? Vielleicht da in die Richtung? Ah ja, schaut mal. Da ist die Luftschlange auch schon. Die führt weiter und weiter. Oh! Cool. Eine unverkennbare Form. Diese Insel soll von nun an Peak-Insel heißen. Moment, wenn wir jetzt schon Herz und Peak gefunden haben, da finden wir doch mit Sicherheit auch Kreuz und Karo. Okay. Aber folgen wir erst einmal der Luftschlange. Ich weiß nicht, sollte ich mal diese Insel noch erkunden? Erst mal der Luftschlange folgen. Danach können wir ja immer noch auf die ganzen Inseln. So, führt die Luftschlange jetzt wieder hier runter, oder wie? Ich weiß nicht. Also, mein Gefühl sagt mir, dass es vielleicht sogar eher nach oben geht, oder? Oh ja, schaut mal, da ist die Luftschlange. Okay. Perfekt. Und die führt tatsächlich nach oben, also Richtung Norden. Zumindest für uns aus der Betrachtung. Vielleicht ist es auch nicht der nördliche Punkt. Oh, da vorne ist irgendwas. Was ist das? Ein riesiger Turm. Und da schlängelt sich die Luftschlange. Ist das vielleicht das nächste große Ziel für uns? Das könnte sein. Da oben, da ist sie bestimmt befestigt. Und hier ist ein Flygeist. Achtung! Puh, der ist ja riesengroß. Was das wohl für eine Insel ist? Ein hoher Turm auf hoher See. Ich würde sagen, dieses Bauwerk nennen wir den Hochseeturm. Okay, können wir gerne machen. Und der ist ganz oben auf der Seekarte. Verrückt. Die violette Luftschlange windet sich bis ganz nach oben. Die Sache wird wohl schwieriger als erwartet. Ja, aber lasst uns mal gucken, ob wir da jetzt direkt hochgehen können. Ui, ich glaube, wir können nicht so einfach rein. Aber ich sehe schon die Röhre mit der 4 drauf. Hm, die ist ja echt groß. Also der Turm ist echt groß. Wow, der ist ja wirklich riesig. So weit kann ich mich ja gar nicht nach hinten knicken. Der Turm reicht bis in den Himmel und hört gar nicht mehr auf. Und die violette Luftschlange auch nicht. Ich kann es ja gar nicht abwarten, da hoch zu klettern. Denk nur an die ganzen Stockwerke, die wir dann erkunden können. Wobei, wenn man der Schwerkraft unterworfen ist, wie du, sieht das Ganze wohl weniger spaßig aus. Tja, nur wie genau kommen wir jetzt da wohl hoch? Ja, das ist eine gute Frage, Olivia. Ähm, ich würde sagen, wir ziehen erstmal diesen Sticker hier raus. Und dann schauen wir uns mal die Tür genauer an. Vielleicht kann uns die Tür ja eine Art Hinweis geben, wie wir da hochkommen. Aber ich muss sagen, dieser Turm hat was sehr Majestätisches. Hm, was denkst du, wofür diese drei Öffnungen wohl sind? Ja, mit Sicherheit sind das drei wichtige Steine, die wir erst holen müssen. Die wir besitzen müssen. Die könnten bestimmt unter Wasser versteckt sein. Die müssen wir erst bergen. Irgendwas wird bestimmt in diese Richtung der Fall sein. Sollen wir wieder abdampfen? Ja, bitte. Okay. Also von meinem Gefühl her würde ich sagen, dass wir jetzt mal diese drei, zwei, drei, vielleicht finden wir sogar noch mehr Inseln, erkunden und ansteuern. Nicht zu fassen, dass wir nicht in den Hochseeturm hinein können. Tja, äh, wollen wir stattdessen vielleicht all die Inseln erkunden? Genau, Olivia, genau das hatte ich vor. Das ist eine gute Idee. Lass uns mal nachsehen, ob wir auf den Inseln womöglich weitere Informationen erhalten können. Ich meine, das ist wirklich so das Beste, was wir jetzt in dieser Situation machen können. Also gut. Einmal quer durch die Gegend. Heizen wir hier hindurch. Oh, Cheep Cheeps. Ja, ja. Die lieben, guten alten Cheep Cheeps. Die sind natürlich immer für etwas Ärger parat. Aber das ist okay. Ähm, gegen Cheep Cheeps bin ich ja gewissermaßen vorbereitet. Denn wir wissen alle, Cheep Cheeps halten gar nicht so viel aus. Die kann man also sehr schnell besiegen. Und genau das ist der Vorteil. Denn wir hauen dann einfach mal schön auf den Putz und zack, erledigen wir diese Sache hier. So, also mal aufgepasst. Das sieht doch schon mal gut aus. Wir nehmen den Powerblock und dann sollten gleich alle besiegt sein. Ohohoho. Ja, das war sehr, sehr praktisch. Cool. Hat direkt super funktioniert. Klasse Sache. Können wir jetzt weiter oder sollen wir noch hier bleiben? Auf hoher See. Ich würde sagen, wir standen... Oh. Oha. Eine Insel, geformt wie das Kreuz auf einer Spielkarte. Sie soll Kreuzinsel heißen. Vielleicht sollte die Kreuzinsel die erste Insel sein, die wir jetzt mal genauer betrachten und erkunden, oder? So. Dann mal sehen. Schauen wir uns die schöne Insel doch mal genauer an. Ich meine, an sich sieht sie ja schon mal ganz nett aus. Ah ja. Okay, mein lieber Toad. Juhu, danke Mario. Sag mal, wo du ja anscheinend gerade Zeit für selbstlose Taten und so hast, darf ich dich um was bitten? Schaut mal, das Plateau da hinten. Ich würde mich dort so gerne in die Sonne legen. Doch der Weg dahin ist mir etwas zu... Na, gegnerlastig. Aber du kannst mich doch sicher dorthin bringen, oder? Prächtig. Ich folge dir einfach unauffällig. Okay, eigentlich ist der Weg gar nicht so weit. Und an den ganzen Gegnern sollten wir auch schnell vorbeikommen. Tada! Schon sind wir hier. Bitteschön. Danke Mario. Das war lieb von dir. Und weißt du, was noch lieber von dir wäre? Ne, was denn? Wenn du auch noch meine drei Freunde hierher bringen würdest. Die sind alle hier im Gras versteckt. Hat dich doch erwähnt, oder? Jedenfalls, äh, vielen Dank schon mal. Juhu, Mario, hilft mir. Meine Freunde stecken irgendwo unten im hohen Gras. Danke, dass du sie herbringen willst. Juhu! Juhu! Okay, mein Freund, dann mach ich das mal für dich. Können wir nicht noch ein bisschen entspannen? Hier sieht's echt gemütlich aus auf der Insel. Oh, da war ein Sniffet. Alles okay bei dir? Psst, ey Kumpel. Hast ein Toadradar dabei, wie? Für tausend Münzen lade ich sie dir komplett auf. Oh, na gut. Dann mach mal schön weiter. Wir haben nie miteinander gesprochen, okay? Okay, der ist aber lieb. Der lädt mein Radar auf, wenn ich möchte. Hm, diese Tafel sieht ja irgendwie wichtig aus. Was sie wohl zu bedeuten hat, lass mich zur Sicherheit geschwind eine Zeichnung davon anfertigen. Wenn du sie dir später auf dem weiten Ozean nochmal ansehen willst, drücke einfach X. Okay, danke, Olivia. Und hier auf der Bank können wir uns auch gleich mal erholen. So, gibt's da irgendwas? Fokusnüsse. Erholen wir uns mal. Oh, diesmal kein Gespräch auf der Bank, sonst gibt es immer Gespräche. Hier wohl jetzt nicht. Egal, ist auch nicht so schlimm. Es muss ja nicht immer ein Gespräch zwischen Mario und Olivia stattfinden. Die sprechen ja schon genug. So, oh. Ja, okay, ich muss auf jeden Fall die ganzen Toads für unseren lieben Freund hier retten. Aber das machen wir ganz in Ruhe in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Mehr Abenteuer gibt es im Katze-Club. Da könnt ihr werbefreie Videos von Katze angucken. Nämlich auf katze.de oder ihr klickt auf den Link in der Videobeschreibung. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Bleibt katztastisch! Tschüss! 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 Enfsm